Hallöchen meine lieben Leute, eine schlechte Nachricht, denn ich muss euch leider sagen, dass es diese Woche keine neuen Videos geben wird, weil ich das ganze Wochenende, also von Donnerstag bis gestern, krank war, das heißt ich habe nichts aufgenommen können am Wochenende und deshalb gibt es die Woche nichts. Schrecklich, ich weiß und jetzt kommt nur eine schlechte Nachricht, ich weiß auch nicht, ob ich es schaffe für kommende Woche aufzunehmen, also ich werde es, also Corona werde ich, Corona glaube ich werde es sicher schaffen aufzunehmen, aber auch mein, also ein neues Projekt werde ich glaube ich nicht starten, weil eben die Woche muss ich recht, also mehr arbeiten am Wochenende und ich weiß nicht, wie es ausgeht. Da lassen wir uns nur überraschen, würde ich sagen und ja, das war es auch schon wieder und ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend und eine schöne Woche und das war es, wir sehen uns, bis dahin, ciao.